Hey, ich probiere mal auf die Masse. Jetzt kommst du gut. Ähm... Kannst du auch schnell in die Hälfte? Ah ja, alles klar. Dann sind wir schon oben. Dann haben wir jetzt auch hier einen Ansprenger. Ja. Ich bin da nicht gekauft. Da muss ich jetzt auch nicht stehen. Also du kannst mit der Handkippschen oder die Socke Ja, dann schaust du eigentlich der Körper hinten und dann in den Oberkörper zurück zu liegen. Also so? Ja, genau. Perfekt. Auf welch ist es wichtig, dass es möglichst grad ist? Und da ist noch ein µ weggekommen. Nein? Ja, genau. Ja, genau. Und dass du vielleicht sogar da noch so ein bisschen Eisbein auf der Spitze Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Du gehst das mal auf der Spitze. Ja, genau. Und dann den Oberkörper, mögst du so zu mir drehen? Ja, genau. Ja, genau. Und dann schaust du das mit. Ja, genau. Jetzt kommt's gut. Sehr schön. Jetzt kommt's gut. Ich stelle zuerst mal das Licht ein. Und dann stelle ich gleich...